Maria Simon ist eine deutsche Schauspielerin und Musikerin. Sie wurde vor allem in der Rolle der Olga Lensky in der Krimireihe Polizeiruf 110 bekannt. Leben Maria Simons Vater stammt aus Leipzig und studierte Mathematik in Leningrad. Dort lernte er ihre Mutter Olga kennen, eine Sowjetbürgerin aus Kasachstan, die dort Elektronik studierte, und heiratete sie. Ihre Schwester, die Schauspielerin Susanna Simon, wurde in Alma-Ata geboren. Nach Beendigung ihres Studiums siedelten ihre Eltern 1973 nach Leipzig in die DDR über. Als ihr Vater später als Computerfachmann eine Stelle als UNO-Mitarbeiter in New York antrat, durften die Mädchen nicht mit den Eltern ins Ausland umziehen, weswegen Maria nach einem anfänglichen Internatsaufenthalt bei ihren Großeltern in Leipzig aufwuchs. 1990 folgte sie den Eltern nach New York und machte dort an einer internationalen Schule ihr Abitur. Anschließend kehrte sie zurück und studierte bis zum Diplom 1999 Schauspiel an der Hochschule für Schauspielkunst, Ernst Busch, Berlin. Simon lebt in der Uckermark und ist mit dem Schauspieler und Regisseur Bernd Michael Lade verheiratet. Beide brachten jeweils ein Kind mit in die Ehe und haben drei gemeinsame Kinder. Simons erstes Kind Ludwig, mittlerweile ebenfalls als Schauspieler tätig, stammt aus einer Beziehung mit ihrem damaligen Kommilitonen an der Schauspielschule, David Striso. Karriere Einen ersten Erfolg errang Simon schon mit der Hauptrolle in ihrem ersten Film Zornige Küsse an der Seite von Jürgen Vogel, für die sie den Preis für die beste Schauspielerin auf dem Internationalen Filmfestival Moskau erhielt. Nach dem Maxopulspreis 2003 als beste Jungschauspielerin für ihre Darstellung in erster Ehe, schaffte sie ihren Durchbruch bei den Internationalen Filmfestspielen 2003 in Berlin, wo sie mit zwei Filmen im Wettbewerb vertreten war. Sie spielte die Schwester der von Daniel Brühl dargestellten Hauptfigur in Goodbye, Lenin, und eine Dolmetscherin für Russisch, Deutsch in Lichter. Besonders in Fernsehfilmen ist sie seitdem häufiger zu sehen, beispielsweise in der Krimireihe Tatort. Auch in Episoden anderer Serien trat sie auf. Ab Juni 2011 spielte sie die Polizeihauptkommissarin Olga Lensky in der Krimireihe Polizeiruf 110, für den Rundfunk Berlin-Brandenburg. Ihr ältester Sohn Ludwig übernahm 2014 im Polizeiruf 110, Hexenjagd an der Seite seiner Mutter eine Rolle als tatverdächtiger Schüler. Bis 2015 war Horst Krause als brandenburgischer Dorfpolizist ihr Partner, seit 2015 ermittelte sie in der ersten deutsch-polnischen Mordkommission in Zwickau an der Seite von Lukas Gregorowicz, der den polnischen Kommissar Adam Raczek spielt. Im Februar 2019 gab Simon ihren Ausstieg aus der Reihe bekannt. Seit Ende 2007 tritt sie zusammen mit ihrem Mann auch als Sängerin und Gitarristin der Neopunk-Band Red Marut auf, benannt nach einem Pseudonym des Schriftstellers B. Traven. Auszeichnungen 2000, Preis für die beste Schauspielerin auf dem Internationalen Filmfestival Moskau für zornige Küsse 2003, Maxopuls Preis für die beste Jungschauspielerin für erste Ehe 2003, Nominierung für den deutschen Filmpreis für ihre Rollen in Goodbye, Lenin und Lichter 2004, Fernsehfilmfestival Baden-Baden, Sonderpreis der Jury für herausragende darstellerische Leistungen in Kleine Schwester und Carola Stern 2004. Undine Award – Beste jugendliche Nebendarstellerin in einem Kinospielfilm 2004. Deutscher Shootingstar des europäischen Films 2011, Nominierung für den deutschen Fernsehpreis in der Kategorie Beste Schauspielerin für Es war einer von uns 2011, deutscher Regiepreis Metropolis in der Kategorie Beste Schauspielerin für ihre Leistungen in den Filmen Kongo und es war einer von uns 2016, goldene Kamera in der Kategorie Beste Deutsche Schauspielerin für Sylvia S. Blinde Wut